hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu let's play minecraft together mit jojo und toby und mir hallo wo seid ihr jetzt noch mal jojo bist du schon drauf nee ich bin gerade noch am joinen ja ich bin auch noch sofort so wir haben wie lange haben wir jetzt noch ein update oder nach nach der letzten aufnahme frage ich mich gerade wirklich fast die man ist ja klar muss ich noch gebannt hat ich weiß so habe ich dich noch gebannt kommt so ist unsere zuschauer wahrscheinlich abwissen weil es zwei wochen zwei monate her ist kundra okay cool ich konnte auch du bist jetzt auf der stelle so kurze lex Das hab ich vielleicht verg... Sogar Köffi, der Pfeil dagegen gefallen ist bei dir, ne? Dass du durch... durch Skype... Dann komm ich jetzt auch mal drauf. Arschloch. Ey, ja, Alter. Deine Hütte? Ich hab gesagt, wenn du mich tötest, explodier dein Haus. Viel Spaß beim Heimlauf. Hä? Ist das mein Batman-Ei? Scheiße. Ah, to turn. Soll ich jetzt eigentlich alles eins nehmen? Ich schmeiß es mal daher. Bist du es auf alle Fälle in Stress? Wir werden die... Wir werden die Fackeln nicht angepasst. Was hast du alles gehabt, Tobias? Also deine Rüstung hast du gehabt? Die Spitzfackel? Die Spitzfackel? Habe ich glaube ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ganz genau weiß ich nicht, aber das ist ja ewig. Hast du Steaks gehabt? Warte mal, ich glaub das ist deins. Hast du Sand gehabt? Wie ist Sand? Habe ich nicht. So, jetzt bin ich wieder da. Das Holz ist wahrscheinlich mein... Nein, das ist... Wie sieht deins aus? Keine Ahnung. Da schmeiß es bisschen Holz runter. Äh... 10.11 bis wahrscheinlich. Das da auch ist deins. So. Müsste alles gewesen sein. Hoffe ich. Ich hab mal Angst. Ah. So. Außer war das noch Rache von damals, ne? Was? Ach, hier hat doch gar nichts angestellt. Neeee. Ey, das... Ja, keine Ahnung. So. So. Ey. Wollen wir schicken? Nein, noch noch nicht. Ah ja, ich hab kein Dashback drauf, weil ich grad erst mal einen Griffig geupdatet hab. Die Leute, die es interessiert. Ich hab auch keines drauf. Ey, ich hab das von... Diapidro. Der Sound ist so laut. Von mir? Von mir. Ah, da ist jemand der Mannschwert. Warte, ich hau den runter. Ne, ich hab mal ganz... Nein, die Verbindung. Scheiße. Ich hab mal ganz kurz auf das Default. So. Okay, was? Warum hab ich hier freigelassen? Warte. 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 Kann mir einer sagen, ist mein Haus aus Tropenholz oder normalen Eichhaut aus Tropenholz, oder? Kann mir drohen, ist das scheiße. Was meinst du? Ist doch dein, keine Ahnung. Hm. So, mal kurz ein bisschen Holz cutten. So, ich hoffe, dass ich noch weiß, wo mein Zeug ist, aber ich glaube ja. Ich liebe diese neuen Soundeffekte. Ach ja, holzknar... äh, dieses Sliderknarzen. Ja, oder wenn du aufs Sand läufst oder beim Wasser... Oh, das ist ja richtig... Das ist irgendwie scheiße, dass aufs Sand laufen. Wenn du aufs Sand läufst, dann hört sich das doch so an, wie wenn du auf so... So, wie nennt man das so... Da ist so klein stein, läuft so eine Art Weg, so ein Schotterweg. Ich liebe das auch. Ja, da ist mein Zeug. Mein schönes TNT, mein Diamanten... Oh, das ist doch schön. Oh, ich brauche Leder. Hab einen Sattel. Oh, ich hab da noch. Ding, 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 ding. Warte mal. Äh, ja... Ich glaube, da ist es so... Ja, das ist truppend jetzt. So. Mhm. Du denkst mir nasschen. Bauen wir jetzt mal noch eins weiter aus. Jetzt geht's auf Kuhjagd. So. Wow. Ich brauche meinen Dreck. Kann er irgendjemand mal so ein Headset aufsetzen oder so? Ich hab meins auf. Jojo-Sunslash. Wer baut Erde ab? Echt nicht. Oh, ich hab auch die Lautstärke ganz laut gekauft, wie bei mir. Warte mal, ich kann's aber noch unterhalten. Wer? Hey Marcel. Hm? Dame, Dame. Ich muss mal mein Stab ziehen müssen. Tobias, weißt du, was ich mich frag? Sonst kackt man Minecraft immer. Wieso bist du in deinem Bett gespawnt? Ich hab das letztes Mal abgebaut, das weiß ich noch. Keine Ahnung. Hast du ein neues gebaut? Nee, hab ich nicht. Hast du's abgebaut oder hast du wieder hingestellt, damit's nicht so auffällt? Ach, ich glaub ich hab mich wieder reingeliegt, oder? Ich weiß nicht. Hm. Ich hab keine Ahnung, der ist schon lange her. Ich weiß einer von euch eigentlich, wie man die neuen Dinge bekommt, die neuen, ja, Items wie Kartoffeln, Möhren. Ja, ja, doch, Zombies droppen die, oder im Dörfern halt. So, anders bekommt man die gar nicht durch Gras oder so, Abbau. Nein, warum denn auch? Wollt ihr schon? Weil ich wusste nicht mehr. Oh, da ist mal ein anderes ganzes Zeug, wunderschön. Alles da. Marcel weiß ich wo. Ist mir doch egal. Ja, deine Hürde wird bald brennen, ne? Hm. Warte mal, das sind eins, zwei, drei. Dann brauch ich noch eine Reihe mit, ja. Hört sich aber ziemlich an, ans Ende der Season oder so, wenn's du so sagst, ne? Ja, okay, dann willst du den Brenner exportieren. Das geht genauso. Was? Weiß ich nix. Fortsetzung. Wie lange machen wir eigentlich ne Season? Keine Ahnung. Bis halt Ende ist. Ja, klar. Bis, bis irgendwas, bis keiner mehr Lust mehr hat oder irgendwie alles. Ja, das kann aber nicht lange dauern eigentlich. Ich habe ja sogar noch Folgen vorrätig. Ich weiß aber nicht, welche Folge wir es sind schon. Hm. Mal gucken. So. Zack. Oh, du hast da mich Kisten geboren. Ich wollte sowieso noch was machen. Hm. Oh ne. Ah, scheiße. Äh, dreize. Äh, ich muss die Aufnahmen nur mal beenden und zwar jetzt. So, hallo hier zurück, ja, ne? Hat sich nicht viel geändert? Ah, da hinten ist ein Dorf, gell. Ähm, ja. Ich muss mich entschuldigen, denn ich habe scheiße geworden. Weil ich fast auf die falsche Festplatte aufgenommen habe und dadurch ist zu viel. Ich habe jetzt gewesens. Keine Ahnung. Was soll ich machen? Ach ne, jetzt rief ich das auch noch. Da, da, da. Ach, das ist jetzt ungefähr Folge. Folge, das muss halt Folge 34 sein. Echt? Ja. Nö. Das will ich mir irgendwie halten, dann mache ich das so. Oh, das muss man. Ahhhh. Mööchen. Lottica-Rotty. Wir könnten Lottica-Rotty noch von euch. Keine Ahnung. Ah, das ist komische Ravensburger Spiel war das nicht? Ja. Haha. Da ist ein Skelett mit der Rüstung, würde ich mich nicht anlegen. ein schwert nicht dabei aber ich schuhe das klappt es gibt jetzt diese komischen köpfe die musik was zur hölle ja genau auf die diamant so ok meine arbeit werde damit erst getan kann man eine karotten auch braten oder so karotten braten nein nur kartoffeln braten und es gibt giftige karton aus karotten konnte man doch ding der angel bauen konnte man mit dem schwein ja das auch so und die sind sogar verdammt schnell sogar aber schnell machen ja ja manche das ist noch mal ein bisschen erde für mich so ich möchte so 20 stück nicht keine scheiß ja kann ich mir die erde klauen ja kannst du deine tür ist explodiert ich bin gar nicht bei deinem haus ich bin über die druckplatte gegangen auf einmal ist das war vorm haus du weißt du zum öffnen der tür weil ich habe keine tostplatte ich habe auch keine ich habe sie nicht hingetan also ich weiß nicht ja ich weiß auch nicht wer war es dann ich war dabei war eigentlich mein ding zu bauen meine fahrt noch ein bisschen macht und sowas ist doch echt gemein ich habe keine ahnung ich bin ja nicht hier du bist ein zombie was er überhaupt jetzt sein soll da musst du dir mal geben ich bin ich habe ja drauf geachtet dunkel und so und außerdem ist ja alles recht gut beleuchtet also